Frisch eingetroffen von der anderen Seite des Planeten, aus Australien, das Rode NT-USB. Hallo und herzlich willkommen bei Musicstar TV. Die australische Firma Rode ist seit jeher ein Synonym für hervorragend klingende Mikrofone zu sehr attraktiven Preisen. Das ist auch nicht anders hier beim neuen Rode NT-USB. Ein USB-Mikrofon, das man treiberlos mit dem Rechner verbinden kann. Was man damit anstellen kann und was es für Features hat, das schauen wir uns jetzt an. So sieht das Rode NT-USB ausgepackt und fertig montiert aus. Der Popschutz und das Tischstativ sind bereits im Lieferumfang enthalten, genauso wie die Schutztasche und das USB-Kabel. Das NT-USB kommt wirklich in einem sehr robusten Gehäuse, das hochwertig verarbeitet ist. Also wirklich ein Mikrofon auf absolut professionellem Niveau. Auf der Unterseite befindet sich neben dem Gewinde für die mitgelieferte Halterung der USB-Anschluss zur Verbindung mit dem Computer. Erwähnenswert hierbei ist, dass das Mikrofon ohne eigene Treiber auskommt. Das heißt, ich kann es ganz einfach Plug & Play an einen Computer anschließen und muss nichts vorher installieren vor der Inbetriebnahme. Das ist zwar ein tolles Feature, hat aber den Nachteil, dass ohne spezielle Audiotreiber eine Latenz entsteht. Das heißt, eine Verzögerung vom Reinsprechen, bis ich das Aufgenommene wieder auf die Ohren bekomme, wenn ich es abhöre über einen Kopfhörer zum Beispiel. Aber auch da hat Rode mitgedacht und eine wirklich sehr, sehr gute Lösung gefunden. Praktischerweise kann man beim NT-USB hier an diese Klinkenbuchse einen handelsüblichen Kopfhörer anschließen und somit sofort die Stimme völlig verzögerungsfrei abhören. Natürlich kann man die Lautstärke hier regeln und hier oben kann man das Verhältnis einstellen zwischen dem Playback, das vom Computer kommt, und der Stimme, die ich gerade aufzeichne. So, jetzt haben wir genug über die Funktionen des NT-USB gesprochen und ich würde sagen, jetzt wird es Zeit, dass wir mal eine Probeaufnahme damit machen. Ich habe das Mikrofon jetzt an meinen Rechner angeschlossen und die Installation war, wie bereits erwähnt, ganz einfach, völlig treiberlos. Ich musste nichts installieren. Nach dem Einstecken des USB-Kabels wurde es sofort automatisch als Audioquelle erkannt. Und was ihr jetzt hört, ist auch schon bereits der aufgenommene Sound mit dem Rode NT-USB, also so klingt meine Stimme über dieses Mikrofon aufgezeichnet. Wirklich ein warmer und sehr druckvoller Sound, wie man ihn von einem hochwertigen Studio-Kondensator-Mikrofon erwarten würde. Wirklich unglaublich, dass Rode das in dieser Preisklasse so realisieren konnte und das noch bei der hervorragenden Verarbeitung. Nun, ihr habt es gesehen und ihr habt es gehört, das Rode NT-USB ist wirklich unschlagbar vom Preis-Leistungs-Verhältnis und es bietet neben einer exzellenten Verarbeitung wirklich einen hervorragenden Sound und es ist einfach zu bedienen und anzuschließen am Computer. Eine absolute Empfehlung von mir, schaut es euch an oder besser probiert es selber aus bei uns im Music Store in Köln oder informiert euch über alle technischen Details nochmal auf unserer Webseite www.musicstore.de Ich danke fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.